Und ja, ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schade, dass es dann nichts hier gibt, wo man hier vorne drauf sitzen könnte. Aber ja, sieht trotzdem dann nicht schlecht aus. Einfach mal weitermachen. Wie gesagt, Steine haben wir genug. Das erste. Also es hätte ausgereicht, nur die Leinen zu Stein zu machen. Aber ist ja okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, die Seitenangänge, die kann ich anders planen, weil die sehen anders aus als der Haupteingang Der Haupteingang soll halt ein bisschen special aussehen Plonk ZDF, 2020 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 Naja Wir sind hier auch fleißig am abbauen Ich überwache die jetzt nicht mehr so sehr Auch wenn es schon Stein ist Was sie da Verschwenden teilweise Sie hauen ja auch schon wieder an den Seiten weg Da müssen wir wirklich einen einstellen Der die ganze Zeit aufräumt Na ja, aber nicht mehr lange Und wir haben die um rund um nur noch 47 Witzig Ja Ja So, jetzt kannst du weitermachen Je bin nicht mehr da, wie ich für eine zweite croce what I do Ich habe hier jetzt schon самое Ich habe hier schon auf die dritte Ich habe hier schon gefordert Ich habe hier die dritte Ich habe hier das einstellen Einstellen will ich nachdem Und ich habe hier jetzt Faith Ich habe hier eine gute Idee Und ich habe hier was Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, so müssen wir nicht mehr so sehr aufpassen Na, sie sind bald rum Gut, sie sind jetzt in der hintersten Ecke, da dauert es am längsten, bis sie da die Bricks hingebracht haben Vor allem, wenn sie immer außen rum gehen Manchmal, wenn ich sie so sehe mit den Bricks auf dem Rücken, dann denke ich, man bräuchte Asterix und unbedingt Musik Ich muss dann immer an Asterix und Kleopatra denken Also den guten, den gezeichneten, nicht dem Echirat Departieu Ja, die Kindheit Ich werde alt Was sagte die Baustelle noch? Wie viele Steine? 19 Steine noch Wir haben noch 58, das heißt, wir haben noch gut was an Steinen, bevor wir frische Steine brauchen Wenn ich Steine sage, gerade meine ich Bricks Also Ziegel Nicht normale Steine, wie wir sie da jetzt reinpacken Dungdi-Dung Dungdi-Dung Ja, und Newton sitzt da jetzt rum und hat gerade nichts zu tun, weil nichts anfällt Also toller Hausmeister Ah, diesmal hat Newton was zu tun Also toller Hausmeister So, dann kann ich schon mal mit dem nächsten Wehleidigen anfangen, weil jetzt brauchen wir einen flatten Task immer wieder. Genau, nach oben sollte er. Durch die Mauern geht das zum Glück irgendwie. So, denn die ganze Fläche hier muss jetzt aufgefüllt werden mit Erde. Und das machen wir in drei Schichten, erst einmal. Ich hoffe mal, dass wir die Mitte auch füllen können, sollten wir aber eigentlich. Wenn wir erst einmal ringsherum füllen und dann die Mitte füllen. Hoffe ich mal, dass das klappt. Also so einmal im Uhrzeigersinn füllen, dann die Mitte füllen. Oh. 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 Und da. Oh. Schwupp. Schwupp. Einen Stein fehlt noch. Ja, und die restlichen, die jetzt gerade mit Steinen bewaffnet sind, werden sie hier hinbringen, in unser Ausfalllager. Ja, weil die ganze Truppe baue ich jetzt hier. Oh, und der Baudinger ist schon verschwunden. Gut. Das heißt, ich kann eigentlich schon mal die nächste Ebene planen. Und ja, ich hätte es höher als drei Ebenen planen können, aber erstens würde dann das Ganze auffüllen, viel zu lange dauern. Und zweitens würde dann die Treppe immer weiter nach hinten gehen. Das will ich auch nicht unbedingt, dass die uns zu viel Fläche nachher wegnimmt. Also, ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon verstanden, dass ich hier ein richtiges Plateau auffüllen will. Nicht nur einfach eine Mauer ziehen will. Sondern, dass ich innerhalb der Mauer einfach ein Plateau auffüllen will erstmal. So, als nächstes können wir das hier markieren und in einen separaten Bautask aufnehmen. Gut. Ja, jetzt muss halt aufgefüllt werden, erstens mal. Das machen sie natürlich wie in aller Manier einfach mal wieder durcheinander, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Auch noch so ein Grund, warum wir viele Steine brauchen. Und ich würde sagen, jetzt ist es auch ein perfekter Zeitpunkt, mal wieder zu speichern, weil es mal wieder an der Zeit ist. Dieses Mal aber nicht über die Grundfläche, sondern über das letzte Melee. Save Override. So, und dann machen wir einen Cut hier. Also, bis gleich. Und bear imperfect. Also, das ist tatsächlich. Tschüss.